Zwei. Zwei Tageskarte. Ne, zwei Eintageskarten. Zwei Eintageskarten. Dankeschön. Überfall! Alle hinlegen! Hallo! Hallo! Sie nicht hinlegen! Lift aus! Hände hoch! Und jetzt her mit dem Geld. Das ist ja der Läusl! Wir sind noch miteinander in ein Glas gegangen. Maul halten! Was glauben Sie, für was man sich unkenntlich macht? Wenn Sie noch einmal so haltlose Bemerkungen aufstellen, dann kracht's. Jetzt haben Sie doch eh schon alle gehört. Was willst du jetzt machen? Willst du ja alle da schießen? Jetzt, Läusl! Komm, steh jetzt auf! Ich heiße nicht Läusl. Und ich kenne diesen Herrn nicht. Jetzt spiel doch nicht. Erwin! Ja, jetzt kennst du mich ja doch. Ich bin noch der selbe Spinner! Ihr werdet mich alle noch kennenlernen. Tue die Kasse her! Geh, Läusl, das ist der heiße Kasse. Wir müssen da davor kommen. Ohne Ski! Mit deiner Hilfe! So, raus da! Passt den Zettel frei. Und jetzt einschalten! Ihr habt mich immer für blöd angeschaut. Aber diesmal seid ihr auf mich reingefallen. Das ist nämlich gar kein echter Revolver. Ihr habt alle Angst gehabt vor einem Faschingsrevolver. Euch bin ich immer noch haushoch überlegen. Ich bin schon immer haushoch über euch gestanden. Ich bin schon auf dem Farben. So, ich bin mal vor. Ich bin jetzt so schnell. Ich bin es ein Faschingsrevolver. Ich bin ein Faschingsrevolver. Ich bin ein Faschingsrevolver. Wie ein Faschingsrevolver. So, wir sehen uns und bei uns im Tren. Ich bin ein Faschingsrevolver. Ich bin ein Faschingsrevolver.